Notruf an alle! Notruf an alle Erdstationen! Wir haben es einwandfrei mit einer gelenkten Supernova zu tun! Der Schnellläufer stirbt auf die Erde zu! Wenn es ein Wunder gibt, heißt es McLean. Kommande McLean und die Orion-Besatzung. Drei... 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 Achtung! Kurz auf Hydra! Volle Beschleunigung! Ihr Auftrag ist, die Erde zu retten. Es ist zu weit, Alter. Unbekannte Flugobjekte! Kampfhandlungen stehen bevor! Das kann der Anfang einer Invasion sein! Sie kommen! Es sind Maschinen. Sie reagieren rein mathematisch, nicht vernünftig. Meuternde Roboter? Rebellierende Androiden, das gab's doch noch nie! Mit McLean hat man nichts als Schwierigkeiten! Das klingt wie ein utopisches Märchen. Ha, 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 ha! Rückstopf zur Erde! Oberkehr! Der Dampf mit voller Kraft zurück! Das Ganze war doch wohl nur ein böser Traum, oder? Viel schlimmer! Das war Science Fiction! Dänder Valat� Weiss Bruder Walters Fall Fall Metroid Mal Laut ARD Text im Auftrag von Funk